Musik Rund 70 oberösterreichische Kinder- und Jugendchörer nahmen am österreichischen Jugendsingen 2017 teil. An drei Tagen konnten sie vor einer Fachchirur ihr Können zum Besten geben. Die Bewertung besteht aus vielen verschiedenen Faktoren. Ja, da gibt es einmal die musikalischen Kriterien wie Rhythmus, Intonation, Textauswahl, Textverständlichkeit und natürlich auch künstlerische Faktoren, wie sich der Chor auf der Bühne präsentiert, wie Text gestaltet wird, das Verhältnis von Wort zu Musik gestaltet wird und vieles, vieles mehr. Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer ließ sich die Darbietungen nicht entgehen und überreichte gemeinsam mit Landesschulratspräsidenten Fritz Enzenhofer die Urkunden zur erfolgreichen Teilnahme an die Chorleiter. Für ihn ist Musik ein wichtiger Bestandteil in der Bildung. Musik ist ein wesentlicher Bestandteil unserer gesamthaften Bildung. Es ist nachgewiesen worden, Musik macht schlau. Aber natürlich gerade auch Chorsingen trägt zum Zusammenwirken bei Stiftet auch Gemeinschaft. Und darum ist gerade auch so ein Tag wie der heutige, wo wir Chöre besonders vor den Vorhang holen, auch ein Zeichen, dass wir Kultur und Gemeinschaft wollen. Groß war die Spannung, welche Chöre Ende Juni zum Bundesjugendsingen nach Graz fahren dürfen, um sich dort der österreichweiten Konkurrenz zu stellen. Ein Chor, der dies geschafft hat, war jener der Volksschule geschwammt. Die Freude war groß. Es ist cool und ich hätte vorher gedacht, dass ich trage. Und du? Ich habe fast zum Warn angefangen. Und wie hat es dir gefahren? Ich bin voll krank, ich bin schon mal drum gesprungen. Ja, ich bin schon total stolz. Aber momentan habe ich es auch gar nicht glauben können. Ich habe mir gedacht, ich höre nicht richtig. Und ich freue mich schon voll, aber ich bin schon voll gespannt, wie das dann wird. Ob es in Graz dann auch für den Sieg reicht, ist eigentlich zweitrangig. Es geht um das Singen und um die Arbeit mit den Kindern. Ja, mir taugt das schon voll. Ich tue das schon so lange und das ist immer noch lustig. Es ist manchmal natürlich etwas anstrengender. Aber wenn sich dann die Kinder so gefreien, dann freut man sich selber auch. Und das ist das Schönste, was einem passieren kann. Als Unterstützung gibt es noch motivierende Worte für alle Chöre von Landeshauptmann Stelzer mit auf dem Weg nach Graz. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen. Aber die sollen einfach so singen, wie sie das immer machen. Dann wird es bestens laufen und wir werden erfolgreich sein mit unseren Teilnehmern. Allesnäheu. Du bist von sie ja. Untertitelung des ZDF, 2020